Dieser super ausgestattete Ford Focus Trend EcoBoost könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben leichten Ein- und Ausstieg. Auch hinten. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Beheizte Sitze und beheiztes Lenkrad bieten viel Komfort. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebelampen vorne, Parksensor vorne und hinten und Parkassistent. Die automatische Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 2 mit Touchscreen. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und super ausgestatteten Ford Focus Trend werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie ihn einfach rober. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.